Gott heilt Eva im Lessing Nathan der Weise Dritter Aufzug, dritter Auftritt Röcher und Daya Was ist das Daya, so schnell? Was kommt ihm an? Was fiel ihm auf? Was jagt ihn? Lasst nur, lasst, ich denk, es ist kein schlimmes Zeichen Zeichen? Und wovon? Dass etwas vorgeht innerhalb Es kocht und soll nicht überkochen Lass ihn nur, nun ist's an euch Was ist an mir? Du wirst, wie er, mir unbegreiflich Bald nun könnt ihr ihm die Unruhe all vergelten Die er euch gemacht hat Seid nur, aber auch nicht allzu streng Nicht allzu rachbegierig Wovon du sprichst, das magst du selber wissen Und seid denn ihr bereits so ruhig wieder? Das bin ich, ja, das bin ich Wenigstens gesteht, dass ihr euch seiner Unruh freut Und seiner Unruh danket, was ihr jetzt von Ruhe genießt Mir völlig unbewusst, denn was ich höchstens dir gestehen könnte, wäre Dass es mich, mich selbst befremdet, wie auf einen solchen Sturm in meinem Herzen So eine Stille plötzlich folgen können Sein voller Anblick, sein Gespräch, sein Ton hat mich Gesättigt schon? Gesättigt will ich nun nicht sagen Nein, bei weitem nicht Den heißen Hunger nur gestillt? Nun ja, wenn du so willst Ich eben nicht Er wird mir ewig wert Mir ewig werter als mein Leben bleiben Wenn auch schon mein Puls nicht mehr bei seinem bloßen Namen wechselt Nicht mehr mein Herz, so oft ich an ihn denke Geschwinder, stärker schlägt Was schwatzig! Komm, komm, liebe Daya, wieder an das Fenster, das auf die Palmen sieht So ist er doch wohl noch nicht ganz gestillt, der heiße Hunger Nun werd ich auch die Palmen wiedersehen Nicht ihn bloß unter Palmen Diese Kälte beginnt auch wohl ein neues Fieber nur Was? Kält? Ich bin nicht kalt Ich sehe wahrlich nicht minder gern, was ich mit Ruhe sehe Also wenn es hier ein paar山 Paare ist, dann geht es weiter Und das ist ein kleines W 가로 Und das ist ein kleines Wубли builder Und das ist ein kleines W 가�o seni Und das ist ein kleines W faels Und das ist ein kleines W hier Und ich hab' die Hasta'vea da